Hi, grüß euch. Ich bin Marcel Hirscher und möchte euch heute den Atomic Red Star World Cup Boot vorstellen. Ich habe zum dritten Mal wirklich in Folge das fast unmögliche schaffen können, den Gesamt-World Cup zu gewinnen. Und es ist tatsächlich genau das Modell, mit dem ich die letzten drei Jahre so einiges gewinnen habe können. Der Atomic Red Star World Cup ist natürlich wirklich ein kompromissloses Renngerät. Und ich kann es nur wirklich ambitionierten, sagen wir mal, Rennfahrern an das Herz legen, den Schuh zu wählen. Es ist wirklich one-to-one. Einfach das Produkt, das wir im World Cup genauso verwenden. Dementsprechend natürlich geht da die Post ab. Was halt wirklich richtig cool ist am Atomic World Cup Red Star ist halt einfach der 95mm Leisten. Das ermöglicht euch halt dann wirklich brutal coole und lässige Schräglagen. Und was halt einfach eine super Geschichte ist, das ist der Memory Fit. Was das Ganze dann wirklich ziemlich simpel macht, den Schuh perfekt anzupassen, damit er so passt, damit man wirklich das Perfekte und das Maximum rausholen kann. Woher kommt der extreme Persenhalt und die Präzession im Schwung? Das Ganze ist recht einfach zu erklären. Das ist der Carbon Spine. Das ist ein wesentlich härterer Bereich im Schuh als wie das übliche Plastik. Das ermöglicht einen wirklich perfekten Halt und daher kommt auch die Mörderbeschleinigung im Schwung. Bei dem Schuh ist es relativ simpel, das Ganze auf seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Man hat da die Möglichkeit wirklich die Manschette zu drehen, je nach der Fußstellung. Man hat da die Cunting-Verstöschraufen, wie man es ihm persönlich gerne hat. Und das Ganze ist wirklich so eine recht geile Geschichte, weil schlussendlich kommt es uns Konsumenten dann echt zugute, weil der Schuh einfach perfekt für den persönlichen Fußpass. Never change a winning team. Also für mich ist klar im nächsten Jahr Red Star.